Also bisher muss ich jetzt sagen, hat mich Skyrim nie so interessiert, oder generell die Elder Scroll Reihe. Aber, sieht sich immer noch putzig aus hier. Bin ich ein bisschen gespannt auf den nächsten Teil. Sind die Skyrim Teile, oder die Elder Scroll Reihe, sind die eigentlich zusammenhängend in der Geschichte, oder... Sind die je dafür... Ah, komm, geh, sterben! Äh, so war das. Wo ist denn mein Bogen da? Was macht denn der da? Äh, oder, was macht denn der da? Oh... bleib da bleib da scheiße mach keinen scheiß alter mach keinen scheiß mach keinen scheiß ich sag dir mach keinen scheiß ich sag dir mach keinen scheiß aber wo bist du ja ne so wird das nix da bleibt doch mal stehen alter nein das wollte ich so nicht zaubertrank der geringen ausdauer magiker gesundheit ich habe mir vorhin eine suppe gemacht so eine gemüsesuppe die hätte ich vielleicht mal behalten soll ich mag ja die musik tatsächlich ne aber weil da halt doch mal still du blödsmiss fisch ja genau alter was ist die frage was habe ich gerade gefragt was habe ich gerade gefragt ich würde sagen ich verstecke mich mal kurz hier lauf doch da mal das verstecken war die scheiß idee äh warte mal freie unerbittliche macht wirbelsprint den haben wir gerade ah genau das war es danke auf lex rache hat mich gerade ein bisschen in skyrim hast du ab und zu schriften die vom geschehenen in ks 4 oblivien erzählen aber die eine story gibt es nicht okay so ich hätte ganz gerne beschwörung schutzgeist beschwören wiederherstellung heilung um 10 punkte die 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 Komm runter, du Sack. Komm her. Hier ist es. Komm, setz mal runter, du Sack. Alter, der brüllt sich ja mal weg, gell? Äh, halt. Komm her. Oh, no, 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 no. Alter. Hat super geklappt. Tschüss, Kelly. Hi, Kelly. Drache, meine Dreckensau. Okay, wir probieren das nochmal. Weißt du, ey, ich hab gerade, ich hab ne Woche nicht gespielt, Alter. Fast. Und da kommt da so ein Fakt, Drache, ey, lass mich doch erst mal wieder ins Spiel reinkommen. Ich glaube, sie war tot, hä? Ah, ich hab wieder Feuer. Okay. Drache, verpies dich. Drache, verpies dich. Etwas, was die Spiele miteinander verbindet, sind sehr älter Scrolls, aber mehr will ich dazu nicht sagen. Okay. Okay. Oh, plums. Ah, finde ich mal schon nur raus. Alter, du verpies dich jetzt, du Mistviech. Komm mal her, bissl da Wendel sammeln. Darfst du noch? Warum bin ich entdeckt? Lüdi, ja, du bin den Drachen hierher. Fürst, dann hau ich dir aufs Maul. Die da drüben machen das. So, was ein epischer Fight, hä? Ah, du bist auch weg. Kittin und Beine, nimm mal mit. Nimm mal oben mit. Oh, was haben wir denn hier? Nieswurz, das macht komische Geräusche, das nehmen wir mit. Hey, Leute. Freund oder Feind? H6 check. Oh, servus. Mann, wie unhöflich. Konnt ihr nur höflich Hallo sagen? Nächster beklau ich sie einfach. Oh, geht das, geht das, geht das, geht das, so und... Ah, hat nicht geklappt. Hätte ja klappen können. Okay, ich glaube, der wird seine Reise durch Himmelsrand auch fortsetzen. Dachte, du bist schon durch? Weil ich glaube, wenn man will, was ich so mitbekommen habe... Ist das halt auch so ein Spiel, wenn man will, dann ist das nie zu Ende, ne? Warum speichere ich vorher mal nichts? Kaputt? Kaputt. Zäbelzahn, Tigerpelz, Reißzahn und ein Eisenpfeil. Nimm mal. Ja, ne, drei vorausgebaute Häuser. Was? Kann von dem Game nicht genug bekommen. Hätte ich gesagt, ich glaube halt, das ist halt so ein Ding, ne? Das ist halt, wenn man will, dann ist das halt nie Ende. So, wir müssen schnell erkunden. Wenn ich da irgendwo hochkomme. Oh, dann gucke da mal. Na, wie groß ist denn die Welt, bitte? Was haben wir da? Wir können doch... Woll und Ruth entdeckt. Ich dachte, das sind so komische Steine hier. Begräbnisurne, Gold. Begräbnisurne, Gold und... Trank. Gold nehmen wir mit. Gold und ein makelloser Granatstein. Keine Ahnung, wozu man das braucht. Dietrich, Gold und Trank. Alles meins. Dankeschön, wer immer das Tier abgelegt hat. Oh, wo geht's denn dahin? Woll und Ruud. Oh. Müssen wir da hin? Ja, wir müssen da hinten hin. Okay, wir machen das ein andermal. Gibt bestimmt die ein oder andere Quest, die ich noch nicht hatte. Moment, hab ja nur, äh... Und ich glaube ich auch, nicht wirklich alle Quests gesehen. Und das seit neun Jahren Skyrim. Waaat? Schäm dich. Gut, das merken wir uns. Da gehen wir jetzt nicht rein. Nicht immer so viel ablenken lassen. Aber... Zwischendrin mal speichern. Steck doch das Zeug weg hier. Oh, hier ist Schnee. Aber solange hier nur Schnee und nix, Drache, ist alles schick. Warum kann ich hier eigentlich keine... So alle Begleiter auf einmal mitnehmen und sagen, Ey, alle 15 Mann auf den Drachen. Komm, Lydia, wo rennst du hin? Komm, ich da hoch? Ja. Servus. Weil no Mods. Ich sehe schon, in dem Spiel gibt es für alles Mods. Betroffen. Wow. Da war doch gerade noch einer. Auch die ein oder andere... Ja, ja, das weiß ich. Ein Bekannter, ein Relife-Bekannter von mir spielt das auch. Und ich habe dann so... Na, was machst du denn da in dem alten, vergammelten Game? Oh. Toll, warum? Und da meint er so, er versucht gerade 5 Meter zu laufen oder so, ohne dass seine Dame, äh, sag ich jetzt mal von Banditen vergenusswurzelt wird, um es mal etwas höflicher zu umschreiben. Also da scheinen sehr skurrile Mods zu geben. Tür stehe. Gold, Notiz. Heldrüstung, können wir mal mitnehmen. Ist jetzt nicht so schwer Eisenstreitkolben. Können wir mal mitnehmen. Schießkunst verbessert. Äh, Hugo. Rennt der hier einfach davon? Oder rollt davon? Äh, dahin, dahin. Äh, Bücher. Kurze Notiz, war das das? Padril, ihr müsst für mich losgehen und vor dem nächsten Turnier die fehlenden Arena-Wölfe finden. Wir haben bei den letzten Kämpfen zu viele verloren und können so viele neue nicht mehr rechtzeitig trainieren. Findet sie und bringt sie schnellstmöglich zur Felsrinnenhöhle. Oh, hat der aktualisiert? Was war das denn? Dieb. Oh, das ist ein Buch. Chima-Wa-Midium. Alla, die haben hier. Was ist denn das da? Hauptmann, uns haben mehrere Beschwerden über Angriffe in der Nähe des Flusses nordwestlich von der Rift erreicht. Wir könnten für den Krieg zivile Unterstützung aus dem Gebiet gebrauchen. Deshalb solltet ihr einige Männer schicken, die die Sache untersuchen. Wahrscheinlich sind es nur ein paar Wölfe, deshalb müssten wir eines kennen schon. So, Zauberbuch. Du kennst bereits Schutzgeistbeschwören. Ah, den kann man dann nicht verbessern. Kaio und Nachtfalke. Nochmal vielen Dank für deinen Host vorhin. Skyrim ist das meistgemordnete Game. Ja, nö, kann ich ja nachvollziehen, ne? Ich habe an sich nur ENBs. Mehr Flora, besser Wasser, etc. ENBs? Ja, aber ist ja, ne? Man sieht man ja so. Ich habe ja auch beim Let's Play von Gronkh hier und da reingeguckt. Der hat ja, glaube ich, über 300 Bots oder so drin. Und wir müssen eigentlich mal... Hä? Da müssen wir rüber. Also das ist schon abartig, ne? So wie das Game, vor allem, es gibt da irgendwie 4K-Texturen und... Weiß nicht, ob die offiziell sind oder ob das auch von der Modern Base ist. Aber was ist schabartig, was es da gibt, ne? Alter, weil du hier ja so weit weg fliegst, du Pfeil von so einem popeligen Pfeil, ey. Wie viele Newton Kraft sind denn da drauf auf dem Pfeil? Ziegenbein, Ziegenfell und ein Eisenpfeil. Kein Fleisch? Schiss. Verändert Licht und Schatten. Ach ja, und Texturen-Mod. Naja, also schabartig, was es da gibt, ne? Ich sollte mir angewöhnen, hier öfter zu speichern, tatsächlich. Mal gucken, vielleicht starte ich es ja mal auf dem PC nochmal. Alter! Verpiss dich, wo geht's hier rein? Warum sieht der nicht? Alter, verpiss dich, das ist ne Scheiß-Position. Mach dir mal gar nichts, ey. Gibt's bessere Begronk? Was meinst du damit? Meinst du jetzt von den Mods her, oder? Weil, ey, das ist generell bei YouTubern, bei Streamern... Okay, ich bin ganz woanders, äh, aus wo ich hin muss. Aber ich merke schon, die Scheiß-Drachen können mich nicht leiden. Ja, das ist eine Geschmackssache. Ach, wegen Modden gibt's bessere, mit fast 1000 Mods. Ja, klar, ne? Ich meine, mehr geht immer. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde halt, Sims 4 zum Beispiel ist eines der wenigen Spiele, die bei mir gemoddet sind. Und... Wo ist denn Lydia eigentlich? Lydia? Vergessene Walkük entdeckt. Oh. Oh no! Lydia? Oh, Lydia, wo bist du? Alter, das ist doch mal mega nervig mit den blöden Begleitern hier, oder? Ach, da bin ich immer, oder? Ich muss da vorbei. Alter, wie weit? Mach'n wir. Alter. Ach, du bist das! Upsi! Was stand da links oben gerade? Äh... Ich stehe ja auf eurer Seite. Alter. Hallo, warum macht ihr nichts? Ihr habt die Gruppe verlassen, warum? Aber Lydia, wo bist du? Sag mal, wo ist denn die? Lydia? Lydia? Vielleicht, dass man die hat auch nicht rufen kann, oder so. Aber... Was Begleiter angeht, da hat es Pedestrian nie drauf gehabt. Lydia? Ja, wenn die auch im Weg steht. Also, ich bin ja ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob das so eine gute Idee war, hier durchzuschleichen. Aber jetzt hier rüber und so außen rum ist halt, da laufe ich ja drei Tage. Jetzt ist sie weg, weg und der Tiger ist wieder allein, allein, wie die ist weg. Er hat doch gespeichert. Alter, wieso komme ich denn da nicht mehr hoch? Ah, komm, Glitschen! Warte mal eine Stunde. Da bist du ja! Hi! So, wir stellen uns jetzt mal da hin. Drücken den da, drücken den da und drücken den da. So. Servus. Also sie ist noch da. Das Problem ist, wie komme ich jetzt da rum? Und so ein Scheißteil habe ich auf dem Weg da hoch halt auch gehabt. Und die hauen halt zweimal zu und ich bin tot. So, wir gehen mal da rum. Wir können einfach mal ein bisschen Landschaft genießen, ne? So, eigentlich müsste ich genau da rüber. Wir gehen mal googeln. Wo kann ich denn ein Bild von meinem Weißlauf reinschicken? Ins Discord. Und, Bibi, Skopi! Na, wie war die Heimfahrt? Was ist hier? Mega, aber versäumt, Skopi. Ich bin hier gerade am Dauersterben. Packt das Zeug weg. Ah, da kommen sie. Welcher Channel? Ja, entweder allgemeine Spiele. Sollte mal so ein Ding machen, ne? Hä? Hä? Moment. Mal, Bibi, ja? Wo bist du, wenn man dich braucht? Heimfahrt? Ich bin gelaufen. Das sind doch 15 Minuten durch Dorf. Ein schöner Heimlauf. Stylisch weggeflogen bin ich auch noch, genau. Hat das überhaupt jemand geklippt? Warum macht ihr bei mir eigentlich keine Clips? Bin ich so scheiße, oder was beim Spielen? Oder seid ihr nur faul? Kann ja auch sein. So, wir gehen jetzt mal... Hä? Passt auf, hier kommt gleich wieder ein Drache. Geh' ihn so an. Alter! Hey, bleibst du mal da? Huh? Oh, no, 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 no! Oh! Komm, der ist fast tot. Hey, das war mal nicht gewettet. Säbelzahn, Tiger, Auge und Pelz. Lydia? Sag mal, muss ich jetzt ständig Babysitter spielen, oder was? Da bist du. So, wir müssen... Wo ist denn der blöde Ding? Alter, willst du mich jetzt verkugeln, oder was? Okay, wir müssen nach links rum. So? Haha, so. Läuft da jetzt außen rum, das ist doch mir egal. Muss ich im Rebio den Glück machen, hab's vorhin verpeilt. Oh, was haben wir denn? Oh! 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 Oh!